Hallo, ich bin René von Waffenhandel Becker und ich habe heute eine Waffe gebracht, die passen in einen kleinen Koffer, das könnten auch drei oder vier Kurzwaffen sein, ist auch eine Langwaffe, aus dem Hause Barretta. Aber schauen wir uns die Waffe einfach mal gemeinsam an. Hier haben wir unsere Barretta, kommen in einen schönen kleinen Kofferchen, wenn er die öffnet, drücken, ziehen. So, dann haben wir hier im Deckel den Imbus, den wir brauchen, um den Schaft zu verstellen. Die Schafthöhe, noch Werkzeug, Sicherheitsregeln, Bedienungsanleitungen, Distanzstücke, ein bisschen Waffenöl von Barretta. Und die Waffe natürlich selbst. Das war's. Und dann ab und ab, ab und ab und ab und ab und ab und ab. Ja, vor uns liegen, unter Hand halte ich hier eine Barretta, eine Barretta 690 Competition Black Trap, und zwar die Adjustable Ausführung, Kaliber der Waffe ist 12,70, meistens ist der 12,76, aber hier ist der sich 12,70, Lauflänge 76 Zentimeter und Waffengewicht 3,7 Kilo. Wenn ihr vorne anschaut, ganz einfach, wie es kommt, Visierschiene, Flankenverschluss, sehr schön gearbeitet hier alles, aber das ist auch zu erwarten, bei dem Waffenpreis muss man ganz ehrlich sagen, hier haben wir den verstellbaren Schaftrücken, die Waffe gibt es als Rechts- und Linksausführung, Sicherung, Was ihr nicht könnt, also ihr könnt nicht verstellen, erst oberer oder erst unterer Lauf, sondern tatsächlich, wir bleiben dabei, erst unterer Lauf, und Abzug. Eine Flinte, wir wollen trotzdem mal schauen, nach dem Abzugsgewicht, keine Laborbedingungen, vollkommen klar, nur mal für uns, hier ermittelt. Und bei 1,6, 1,5 Kilo wäre der Schuss gebrochen. Wenn wir uns die Waffe mal anschauen, tatsächlich, ihr habt keine wechselbaren Shooks, sondern ein Dreiviertel und ein Vollshook. Grundsätzlich wirklich eine sehr, sehr schöne Waffe, Haptik ist sehr, sehr schön, fest sich schön an, und ihr seht, das Holz wirklich alles makellos, die gesamte Oberfläche der Waffe, top. Ja, hier haben wir uns nochmal unsere Barretta, also wie gesagt, ich finde eine schöne Waffe, schön verarbeitet, ganz klar, bei dem Preis erwartet man das auch, lässt sich gut brechen und wieder schließen. Also, das haut hin, das passt alles, ja, kann ich nichts meckern, aber wäre auch schlimm bei dem Preis. Preis, das müsst ihr selber wissen, und bereit seid, den Preis für so eine schöne Waffe zu bezahlen, oder eben auch nicht, ohne eine andere Waffe zu wählen. Wie auch immer, egal, welche Waffe mit der entsprechenden Erwerbsberechtigung, könnt ihr diese Barretta oder auch jede andere Waffe bei uns über den Waffenhandelbäcker sehr gerne erwerben. Alle an die Sportschützen, würde mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Waffensachkundekurs bei uns begrüßen zu dürfen. Und wer einfach wissen will, wie es ist zu schießen, mit einer Flinte, Büchse, Pistole, ob es so ist wie mit Film und Fernsehen, den empfehle ich ein Schnupperschießen bei uns, bei der Schießschule Bäcker. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao. de